Das größte Winkelspiel im Mönchenglapper! Wir haben uns alle lieb! Auf die Plätze, fertig, los! Festzug und Parade. Alle sind aufgeregt, nur die Pferde sind ruhig. Eine Generalin Hofzroß gibt das Kommando. Vanessa Odermatt. Alle Schützen haben den Markt gefunden und wir sind angekommen. Dann gebe ich die Parade frei für Schwarz. 2.500 Schützen und Musikanten. 13 Musikkapellen. Und ungezehrten Freunden am Straßenrand. Wir sind jetzt schon begeistert von einem sonnigen, von einem strahlenden, von einem wunderbaren Stadtschützenfest in Mönchenglapper. Stadtschützenfest ist immer eine Zeitreise in die Vergangenheit, weil die historischen Trachten und Uniformen spiegeln historische Ereignisse, historische Zusammenhängen. Ein bisschen Preußen ist dabei im bunten Rock. Viel Rheinisch ist es dabei mit grünen Jägeruniformen oder Hubertusröcken. Und das traditionelle Gewand ist in der schwarze Anzug, Kött oder Frack. Alles wird gezeigt, alles wird getragen. Und wer ganz genau hinschaut, findet auch Marine, findet Husaren, findet Ulanen, findet Infanterie. Die verschiedensten Uniformen kann man sehen. Zum Teil sind sie historisch echt, manchmal auch nachempfunden. Unsere Schützen sind fantasiebegabt. Denn die Uniform ist kein Militärausdruck, die Uniform ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Wir sind eine Gruppe, wir freuen uns und wir zeigen unsere Verbundenheit mit dem Rauchdruck. Mönchengladbach lebt ja nicht nur von Tradition, auch von Zukunft. Und was wir hier geschaffen haben, ist, alle mal zusammenzubringen. Wir haben viele Besucher auf der Waldhausener Straße, hier auf dem Alten Markt, die Wirte, die Altstadtinitiative, die Schützen. Und bei der Parade gucken alle zu und sind alle mit dabei und ich freue mich wirklich draus. Also. Musik Party und Parade auf dem Automarkt, das ist unser Fanskontext. Ich freue mich drauf. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ich bin richtig stolz darauf, dass es so gekommen ist und gelaufen ist, wie es gelaufen ist.